Auf ihn mit Gebrüll! Max spielt immer noch. Ja, ist egal. Hilfe! Wow, das geht aber... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Wir sind dabei, den gehärteten Behemoth zu besiegen. Ich bin unterwegs mit Dino, Asura und mit Max, Maxan. Genau, der ist in einem anderen Chat. Das nächste Mal darf er, wenn er sich jetzt bewährt, darf er das nächste Mal mitsprechen. Wir haben den schon ein paar Mal gemacht, leider nicht gewonnen. Und jetzt haben wir einen super krassen Halter dabei, den Max. Und einen super krassen Piu-Piu. Ich kann die Puffer immer noch nicht mit Namen. Und einen super krassen Zweihand-Deutschspieler. Jetzt muss es klappen. Was? Ihr hattet dich gelobt, nimm es an. So, das eine Horn ist schon gebrochen. Uns guckt gerade ein, 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 ja, ein... Oh mein Gott! Guck mal, wie krass wir sind ohne Soda. Uns guckt gerade jemand zu, der 999 ist. Ich bin deswegen etwas überdreht und, äh, ja. Es tut mir leid, für alle Zuschauer. Wir müssen den jetzt... Für alle Zuschauer, die mit authentischer Überdrehter nichts mit einem Hand haben können. Genau, und... Ich hab das Horn abgemacht! Wir alle haben das Horn abgemacht! Oh mein Gott, wir zerlegen den! Guckt nach dem Kometen, wenn der jetzt gleich seine... Blablabla schmeißt, dass, dass wir es nicht, nicht, äh, ich kann nicht mehr reden. Ich bin so nervös! Geht mal weg von den Kometen, bitte! Ja, geht ja was wieder weg. Das ist ganz, ganz, unruhig. Dankeschön. Ich möchte meine Blitzkäfer, ich möchte meine Blitzkäfer, ich möchte meine Blitzkäfer! Ich bin nur vom Schimmelsturm, ich hab die nicht... Ich hab die, ich hab die schon verschossen! Ich hab die vergessen mitzunehmen, okay, ich wollte es nicht sagen! Hast du auch vergessen zu essen? Nein, 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 das hab ich gemacht. Aua! Das hab ich letztes Mal vergessen. Er hat aber noch nicht dazu geguckt, er hat er noch nicht zugeguckt, also ist das nie passiert. Was macht der, was macht der? Hat er... Nein, er hat es nicht zugesehen. Doch, hat er... Nein, aber nicht! Ich muss noch mounten! Komm schon, komm schon! Au! Oh nein, 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 nein! Hallo, Aron! Nein, 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 nein! Aua! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Alter! Ich bin damit beschäftigt, ihn auseinanderzunehmen. Ja, wie gesagt, denk dran, dass du langsam in die Nähe von den Steinen bist, weil ich glaube, der schmeißt bald. Ja, er steht aber auch da sehr nahe, deswegen will ich nicht zu sagen. Ja, aber der Wind ist halt hier gerade auch, das ist so ein bisschen essend. Ein kleines bisschen. Ich komme jetzt gerade nicht ran, wegen dem Wind. Und ich kann jetzt gerade die Kommentare nicht lesen, weil ich... Nein, noch nicht. Nee, der kriegst du so mitgehoben. Au! Ich meine, du, oh, oh, weil er neben dem Kometen steht. Ja, aber er steht in den Kometen. Dann macht er seine Attacke nach vorne. Oh nein, nicht schon wieder! Ja, das ist besser. Ja, jetzt! Laufen! Leute, schafft ihr das? Ja. Nee, wir haben eine Verlust. Ja, wir haben einen Verlust. Max, nein! Wir haben keinen Versuch verloren, weiter geht's! Doch, wir haben einen Verlust. Nein, aber wir standen nicht. Ist das egal, wir haben trotzdem ein Verlust. An mir statt sich, also ist auch nichts passiert. Eiße. Ich fang Löcher. Ich bin durch die Hölle gegangen, nur um wieder in den Geschmissen zu werden und Behemoth zu machen. Richtig so. Richtig so. Wieder in den Geschmissen. Deine persönliche Hölle. Mhm. Aber warum sind die denn hier? Ich bin zu ärgerend. Was heißt das denn wohl? Ich bin für der Stimmzeit. Kommen Sie? Mhm. Ich bin für die Stimmzeit. Oh nein. Ich bin für die Stimmzeit. Ich hatte erst nochmal Glück gehabt und bin nicht dabei. Keiner. Hat er schon einen Kometen gemacht? Ja. Ja, der liegt scheiße. Hinter ist das nicht immer. Der liegt denn ja am Reingang. Wo willst du denn den haben? Ja möglichst weit in der Mitte, dass die von überall ran kommen. Ja. Jetzt ist er auch noch ein Ding. Ja. Richtig, richtig Glück. Oh nein, das gibt's doch nicht. Äh, wenn es jetzt so weiter geht, komme ich nicht mehr zum... Oh, er wird gemounted in Tornado. Ist eigentlich ein Horn noch dran oder haben wir beide schon? Ist doch ein Horn dran. Wie das aussieht. Nö, sind beide ab. Oder? Sind beide ab. Das ist nicht so. Ich würde das eine bleiben sollen dann. Ich glaub der macht das gleiche. Er macht. Waschnein! Oh, wir hatten Sicherer und Absicherung. Das ist ja nicht dasselbe. Deswegen haben wir immer noch drei Versuche. Let's go. Also wenn wir es jetzt nicht packen, dann... ...möss ich auch nicht. Ich wollte jetzt schnell einer zu ihm hingehen, aber dass ich nicht halt kann. Ich bin schon unterwegs. Mehr als laufen kann ich nicht. Oh, der eine Dorn ist gerade da gelandet, wo ich das nicht gerne hätte. Ich steh doch auf, du dumme Nuss. Lass dich doch nicht fressen, andauernd. Unser Heiler hat's erwischt. Das ist ein super krasser Heiler. Wie kann der Heiler, wenn er Feindlichkeit hat? Was machen wir falsch? Ich heil ihn. Warte mal. Wo ist das Ding mit ihm? So, bitteschön. Jetzt hab ich mal das Fleisch gegessen und sah. Okay, dann haben wir gewonnen. Naja, nur damit der Heiler wieder safe ist. Also rum muss selbst essen. Oha, wenn du erst unser Baugatz... Au. Jaa... Der schafft's schon, der muss sich hier nur ein bisschen hinsetzen. Ich hab grad Himmisch überlegen, kann ich nochmal. Keine Ahnung, was das ist. Au. Aus dem mein Kopf fliegt. Das ist nicht gesund, oder? Ich weiß nicht. Danke sehr. Ich sollte ja eigentlich jetzt keinen Schometen machen, oder? Ich weiß halt, dass ich dann einfach schnell, wenn ich zu fast zu gehen bin. Letztes Mal kam hier keiner. Beim normalen schon. Dafür kam bei der anderen Leber wohl zwei. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, wie viel Schaden wir machen. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, wie viel Schaden wir machen. Oh Gott, danke. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, wie viel Schaden wir machen. Ich weiß nicht, ob das von dem hat mich aufhängt. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, wenn man nicht zu tun hat. Ich weiß nicht. Entfernen hier. Das ist Manhunt. Ich weiß nicht. Das war geil. Ich geh hinterher, ich geh gleich hinterher. Ich muss schärfen. Ich geh gleich wieder schlafen. Habt ihr Bomben dabei? Äh, ich glaub diesmal nicht. Ne doch, aber nicht die Großen. Aber besser als nichts, oder? Jawoll. Ach doch, ich hab die Großen auch mit, auch zu Glück. Gut vorbereitet, yes. Komm bitte mit, hier rein, hier rein, hier, ja, 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 super. Schön hier. Rechtsart, rein. Hilf. Ich mach nix, ich mach nix, ich mach nix. Bin bereit. Dann los geht's. Oh Gott, liegt hier schlecht. Bitte was? Der liegt schlecht. Ach du Scheiße. Wie liegt der denn? Schlecht. Ja. Weg 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 weg, lauf, 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 lauf. Zu früh gemacht. Ja. Ja. Aber ein Big Kometen möchte ich mal entwürfen. Nein, ich glaube ich nur genug Überlebende haben wir es geschafft. Ja. Aua. Danke. Jups. Ich hab heute geschlafen. Ja, schau. Danke. Ja. Gibt's schon das? Nein. Gibt's schon Kometen? Nein. Jetzt gibt's noch Kometen. Hier. Seit jetzt ist es gar nicht geschlafen. Und wie lange bin ich zuerst? Nein. Zerstörung. Bitte mach sie jetzt. Bitte mach sie jetzt. Bitte 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 bitte. Nein, geschlafen. Stip. Ich bin Kryptik. Wir müssen uns- es müssen nur drei überleben. Dino, schnell. Oh my god. Oh. Wir sollst du nicht tot! Pass auf, Dino. Ja, ich kann nicht aufstehen. Wir haben dich. Danke. Sag mir aber nicht, dann mach das doch mal. Das werden wir sehen. Ich stehe auf. Ich hab ihn. Oh Gott. Hier liegt gleich. Wir brauchen nur ein bisschen anscheinend. Jetzt. Oh Gott, nein. Oh nein. Kommt noch ein Komet. Ja, und zwar jetzt. Okay. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh mein Gott. Wuhuhuhu. Ging doch. Es tut mir leid, dass ich nicht kommentiert habe, aber ich hab mich jetzt echt mega konzentriert. Und jetzt hat es auch endlich geklappt. Endlich. Krass. Danke, Maxam, für die gute Heilung. Vielen, vielen Dank an den Superheiler, an den Super-Pio-Pio-Spieler und an den Super-Zweihand-Deutsch-Spieler. Alles war perfekt. Dankeschön. Das ist mein Feuerwerk, der bei uns zu feiern könnte. Richtig guten Job gemacht. Und beim letzten sind wir nicht gestorben. Ich bin richtig stolz auf uns. Jetzt ist es mir erlaubt zu gehen, oder? Nein. Noch nicht. So, was hab ich bekommen? Nicht viel. Helden-Strom-Stein. Oh, Stöpsel. Oh mein Gott, ich hab einen Errungenschaftler gescheitert. Ich hab insgesamt 500 Monster gekickt. Yay! Glückwunsch! Ich. Wie hat sich das da doch gelohnt? Krieger des Lichts. Oh, toll. Wie, was? Krieger des Lichts. Ich bin jetzt Krieger des Lichts. Was, wie, was? Hä? Versteh ich nicht. Ich hab einen neuen Titel bekommen. Wir haben ihn besiegt, ähm, ich bin total am Ende, was hier anstrengend, äh, und jetzt ist Ghost gespielt. Genau. Ich bedanke für mich, für Kommentare, Bewertungen und auf allen Fälle für meine Mitspieler hier, die mit mir diese qualvolle Quest, äh, durchgehalten haben und, ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Monster hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Und wir haben die Gewissheit, ähm, ihn getötet zu haben. Das ist das Wichtigste. Ich krieg nicht mal irgendwas. Ich dachte, ich krieg irgendwas, wenn ich den besiege. Irgendein krasses, weiß nicht was. Aber das ist ja... Uwe Risto. Und morgen den uralten Waldschwart. Ja, klar. Hab ich noch, ja. Hab ich noch einmal, wenn ich den noch einmal besiege, dann kann ich auch Siri machen. Nicht nur Gerald. Bin ich dabei. Da haben wir da kein Tsushima. Nicht dabei. Nee, das war Tsushima. Lass mich alle ein Rohr. So, jetzt erstmal hier, ähm, Rüstungen. Da war ja dann auch nix. Das ist ja, Mietrichter, da, Beep, oder Bom, Bom. Da, Drachen. Das ist dieses Drachenritter-Set. Ich find's immer noch abartig geil. Äh, das Dantes-Set hab ich auch. Meister-Set gab's nicht. Tadeswander? Nee, das war falsch. Und bloßes Rüstungs-Set, gab's da irgendwas? Gerald-Serie und, ne? Dekor-Rüstung. Dekor-Rüstung. Kristall-Oring. Was ist denn? Oh mein Gott, jetzt ist das auch noch als optionale Quest aufgetaucht. Ich könnte kotzen. Schwarzgott. Akrobat. Und jetzt kommt mir hier noch noch als optionale Quest. Vielleicht kann. Iiii. Ich will nicht. Aber das ist nur der normale. Ja, doch ziemlich wenig. Mächter. Nee, das ist das auch nicht. Was suchst du? Ich dachte, den gibt's auch als Dekoros. So. Dekor-Rüstung mit goldenem Helm. Projektbristmann, das hat man davon bekommen. Jetzt hab ich's endlich als Dekor-Rüstung. Natürlich möchte ich die herstellen. Ja, ich möchte ausrüsten. Seht mich an. Seht mich an. Ich hab einen goldenen Helm. Der passt überhaupt nicht. Der passt doch aber gar nicht. Aber das ist sowas von egal. Das heißt, ich hab den Gehärteten gemacht. Seht mich an. Warte, warte. Jetzt muss ich noch was machen. Ausrüstung verbessern. Äh. Da. Aber ich habe diese großen Drachen-Eltesten-Juwelen nicht. Nee, das kann ich nicht machen. Tut mir leid. Geht nicht. Insektenklebe. Kann ich nochmal mit dem Paliko noch was machen? Du hast ja extra einen goldenen Helm bekommen. Erstmal einfärfen. Ja, alles, damit's passt. Sonst finde ich das irgendwie... Ja gut, der Helm hat halt rausgestochen, aber der hat halt überhaupt nicht gepasst. Und jetzt ist jetzt hier nicht kleckern, sondern klotzen. Deswegen alles golden. Man ist ja bescheiden und so. Aha. 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 Vielen Dank.